Mit dem Team vom letzten Mal und mir wurde dieses Mal bei dieser Map eine Zusicherung zu, sagen wir mal, 99% für einen Sieg gegeben hier. Und nochmal, sagt nochmal ein freundliches Hallo hier an alle. Hi. Hallo. Hi. Moin. Es sind nochmal die ganzen vom letzten Mal. Und jetzt noch, was ich nachholen muss. Und zwar haben wir noch den letzten Namen, den ich letztes Mal nicht lesen konnte. Und zwar Ian Theia. Diesmal, ich habe ihn richtig ausgesprochen, oder? Das freut mich natürlich. Okay, ähm, wie soll ich die skillen? Auch auf Schaden einfach, oder? Was spielst du? Zagaha? Zagaha, ja. Hm. Ja. Obwohl. Ja. Okay, ich gehe mal mit hier hoch. Ähm, ja. Ne, ne. Lass das gehen. Jani, Jani dort oben auf Kreise. Die geht nach Rinova. Ich hasse mein Leben. Wir haben auch eine Rinova. Gehst du, soll ich mit runter oder gehst du alleine? Ich gehe alleine runter, erstmal. Ihr müsst doch, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man die Rinova auch, wenn du in die Sport. Ja. Also, wir haben drei Top-Lehnen. Ich habe ehrlich gesagt, Nova noch nie spielen sehen. Nova ist so unglaublich gut. Ey, die könnt ihr mir auch für 10.000 holen, oder? Die kriegst du auch 10.000. Wer ist ehrlich gesagt, bei mir Sanya eigentlich braucht. Ich bräuchte meine Rinova. Äh, das bin ich. Okay, gut. Alter Illidan, was ist denn bei dir falsch gelaufen, Junge? Ähm, wie können wir ja gerade nicht so viel machen? Ja, zwei Meter. Aber da fällt mir ja gerade ein, ich habe ja vorhin den Tipp gekickt mit den Eierlegen. Ja. Eierlegen. 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 Wenn du den Illidan mal ziehen kannst, dann cool ist. Ja, aber da sind die Lina im Weg. So, wenn ich jetzt ziehe, dann ziehe ich sie da ran. So, jetzt können wir gleich den Tempel da holen. Äh, Achtung, da oben ist auf jeden Fall Illidan hier am Tempel. Ja, wir müssen den oberen Tempel dann nehmen. Hier ist auch irgendwo noch Nova, ne? Ah, da ist Illidan, den habe ich gut schon an den Schatten. Denk dran, man sieht sie, das ist ein verschwommener Schatten, der läuft. Genau, da kann man da auch Reh reinmachen und dann kriegt man die. So nicht. Oh oh. Da raus, da auslachen. Der lebt da nicht raus, der lebt da nicht durch. Nice. Uh, da ist Nova. Da ist Nova. Ist Nova bei euch? Na ja, Nova ist bei uns, die ist wieder weg. Wo ist die? Ich finde Nova und Seratul, ne, ich hasse es. Ich hatte mal ein Spiel, da waren Nova und Seratul beide bei den Gegend und ich war mir sicher, die waren in der Gruppe. Die waren immer zusammen, sind unsichtbar dann aufgetreten und dann war auf einmal tot. Ja, kann ja sein. Die ganze Zeit. Die waren 100 pro in der Gruppe. Dieses Ding verwirrt mich mega, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir haben ihn ja auch auf die Echte, auf die Echte. Ja. Ja. Jawohl. Oh, jetzt kommt Illidan. Lauf, Mitte, Mitte, Mitte. Oh, oh. Nein. 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 Ich bin tot. Lauf, renn um dein Leben. Nein. 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 Nein, passt schon. Äh. Oh, da ist Illidan. Nein. Wir haben ihn nicht, wir haben ihn. Ja, töte ihn, töte ihn. Ja, wir haben ihn, wir haben ihn nicht. Alter, nice. Wir gegen noch die Superschüsse. Jawohl, die Superschüsse vom Turm. Ja, schön. Äh, soll ich Gift nehmen oder was soll ich jetzt Level 4 machen? Ich hab keine Ahnung. Und Gruber ist schon wieder weg. Und ne? Der erste ist hier, der erste ist hier. Okay, wir gehen wieder hoch. Hier ist er, hier ist er. Ich geh runter. Geht auf die Lanes. Ja, ich save mal schnell unten, weil der Pusher gerade durch der, äh... Ja, ich komm nur gegen den Unten. Nein, du musst mal auf der Lane bleiben. Ach, fast doch nicht eigentlich kleiner am besten. Oh, ja, auf Defense hätte ich geschätzt. Ja. Ist ein Tank. Oh, ich... Kannst du nochmal crap? Nein, ah ja. Mit Illidan und dieser, äh... Wie heißt denn der nochmal? Den hab ich, der letzte erst als Karte gezogen. Ja, ich komm hoch. Ne, einer. Drei. Den hab ich letztens als Karte gezogen. Ja. Hartzau. Ja. Ich geh mit, ey. Ich geh mit. Ich geh mit. Ich mach das. Ja. Ich könnte da gleich ein... Ah, das ist wieder dieses hässliche Ding, ey. Boah. Tyrael. Moin. Ah, verdammt. Weil er sich unnatürlich bewegt, das ist ne Idee. Ja. Okay. Oh, da sind da viele. Das war... Nur das Bild. Okay. Ähm. Oh. Kommt gleich wahrscheinlich los. Du kommst mal höher. Du kommst drei. Okay. Lass, lass gut sein. Äh. Runter gehen. Äh. Was, was muss ich skillen? Äh. Farina, die Ablenkzeit. Ich muss auch grade gucken, was ich skill eigentlich. Okay, gehst du an den unteren, ähm... Ich muss jetzt dringend mal den Tempel holen. Ja, jetzt mal ganz ruhig bleiben. Oh, 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 oh. Da sind irgendwie alle, ne? Ne, Tyrael fehlt noch. Oh, Nova. Oh, ich krieg grad ganz schön. Dilu. Das Gesicht hier. Wie ich Nova hasse, ne? Die SD ist bei mir, hinter mir. Ja. Das ist die. Ich greff, Nova. Ich greff. Ah, nicht ran. Die ist immer noch da. Da ist er. Ah. Bei mir geschossen. Scheiße. Elidan ist verstanden. Ah, hat ihn hier gekriegt noch. Elidan, stirb doch. Ah, scheiße. Ah, da kostet die Kackpannen den Weg. Oh. Shit. Das ist dein Ulti, oder? Alter, da hat er mich geholt. Da hat er uns beide geholt. Oh, die haben schon ultimatcht, stimmt. Oh, wir haben 2 Level hinter ihm. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hab so viel zu 100%igen Sieg-Chance. Wir müssen uns mal auf die Lanes verteilen, da. Ja, ich geh. Top mit Tyrael. Kleiner, du kommst mit. Okay. Gib mal Gas. Erstmal Lager einnehmen. Ja, die dürfen aber nicht so weit pushen. Komm, den Tyrael können wir kriegen, ja. Erstmal die Creeps. Was machen? Ne, ich glaube ich. Okay, genau. Verdammt. Na, ist er weg. Ah, jetzt... Ich roll mal hier meine Sachen hin. Nein, aber nicht fassen, nicht fassen. Ich hol mal den, ich hol mal den Point. Ich hol mal den. Ich hol mal den. Ja, pass auf, da unten ist Tyrande. Wie heißt hier nochmal? T-t-t-t-t. Hä? Oh, die sind beim Boss. Fuck. Sie sind beim Boss? Okay, wir kommen. Ah, sie haben den Boss auch. Scheiße. Unten dürfen. Ich... 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 Ja, wir machen neben dir das Lager dann, ja. Okay. Okay. Okay, ist gut. Und ich flieg. 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 Oh shit, ich bin ziemlich dumm gelaufen. Ja, das war echt nicht so ganz klug. Jetzt muss ich hier nochmal den Faktor wegnehmen. Alter, der Pulk. Hier erstmal Eier legen überall. Mehr Eier. Elidan ist rein. Jawohl, Elidan ist weg. Ja. Nice. Oh, da war das... Ureal-Ulti. Okay, ich könnte jetzt ein Essen sein. Ich versuche gleich mal Gesserung zu essen. Was soll ich als Zagara-Ulti nehmen? Verschlingen oder ähm, dieses andere? Denkt an die Tempel-Ulti. Kann... Ne... Ne, das... Wir nehmen schon Verschlingen als Eier-Ulti. Jetzt kann mich in nichts mehr aufhalten. Äh, der untere Tempel, den könntet ihr versuchen mal einzunehmen? Bin ich schon unterwegs? Ich gehe einfach mal mit Sanya mit. Ja, den habe ich jetzt gerade alleine in den... Tempel unten. Komm auf. Ich werde Tyrael. Oh, oh, ich... Ich hab hier Elidan am Hals. Ich hab hier Elidan am Hals. Alter, Alter! Weil du es nicht schaffst dann noch weg? Ja, ich hab ihm meinen Ulti drauf gehauen und bin weggerannt. Okay, das war's. Klug. Ja, WTF! Oh! Was war das zur Hölle? Ulti oder was? Ich hab gestern noch gegessen, ich hab ihn gegessen, ich hab ihn gegessen. Über die halbe Map springt er einfach mir mal hier an den Kragen, hä? Naja. Oh, verdammt, ich bin gleich tot. Ah, shit. Ja, Nova pusht oben. Ich hasse Novas, ne? Alter, von Serratul, ich hasse das. Wir liegen drei Level hinten, wir müssen jetzt langsam recht mal hier ein bisschen... weh du verlangst. Also, Muki, wir müssen uns konzentrieren. Schließlich muss es ja ein Sieg werden, haben wir ja gesagt. Mitte ist Tyrahel. Ziel uns einfach, ey. Nein. Okay, unten wird wahrscheinlich Elidan noch sein. Ja, da ist Elidan. Ja, ich komm zu dir nach unten, ne? Ah, Tyrahel ist doch was. Ich geb hier unten mal ein bisschen Gas und versuch mal ein bisschen Push zu machen. Okay, wir pushen jetzt, pushen! Komm, go, 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 immer schön drauf vorne. Oben kommt die Orga, Achtung. Da oben ist höchstwahrscheinlich Elidan. Ne, der kommt von unten, der kommt von unten. Top-Lane ist Malfurion. Und... Ich, ich, ich hol Elidan. Ja, hab ihn. Ah, fein, ja. Egal, weiter, weiter, weiter drauf. Wir holen uns jetzt, wir machen erstmal hier die hier weg. Die Jungen jetzt hier. Ich könnte gleich mal versuchen Elidan aufzueressen. Ja, da kann ich zum Beispiel mal versuchen. Ich rapp ihn und dann ess ich ihn. Ne, ne, jetzt erstmal hier auf die Tiffen gehen. Elidan geht hoch. Soll ich's machen? Soll ich rappen und essen? Ne, jetzt lassen wir hier ganz... Nova, Achtung! Ja. Hey, da ist ja Elidan. Hi. Sehr nice, Elidan. Elidan da, gut. Oh. Dann können wir jetzt weiter machen. Ähm... Ja, macht was. Wir haben drei Top-Lane. Dann macht's irgendwas. Ja, wir renn... Ich versuch hier grad unten ein bisschen reinzurennen. Mach das Lager hier. Weil Elidan hat das eh schon angefangen. Ich komm jetzt auf. Oh, in der Mitte ist Tyrael. Ja, guck mal, dass du Mitte vielleicht irgendwie hinkriegst. Ich bin jetzt... Bottom bin ich durch. Soll ich jetzt mal alleine? Pass auf. Ich hol mir Tyrael. Jetzt ess ich ihn. In die Base rein. So Tyrael, jetzt mach mal was. Ach, er hat sich eigentlich mal wegteleportiert. Dann hab ich... Hey. Oh shit, shit. Was passiert hier gerade? Was passiert hier? Shit, shit, shit. Nicht gegen die Sterben. WTF? Alter, Elidan, was ist denn los mit dir, hey? Der... Der kann über die komplette Map springen. Ja, ich merk's gerade. Alter, sicher. Ja, und der Tempel-Oper wird nicht unbedingt bekommen. WTF, ey. Der Elidan ist von Gas Lowdown. Der hat mich einfach mal hier gerade geschickt. Schade ich gemacht, der gute Elidan. Warte, ich geh auch Mitte. Aber der ist wahrscheinlich auch squishy wie die Saw, oder? Ähm, ne, der hat sowas wie Ent drin. Okay. Also... Aber wenn der abgelaufen ist, äh... Oder der... Ja, doch, der Skill abgelaufen ist... Wir müssen erst mal versuchen, den Tempel zu holen. Und dann vielleicht mal ein paar Lager. Das hier zum Beispiel. Ich müsste erst mal wieder leben. Aber gegen drei Leute. Wir sind eben mal vor, wir dann sofort da angekommen. Wollen wir es versuchen, Sonja? Ja, ich bin oder? Ja, komm, ich guck schon mal mit hoch. Komm, aufsatteln. Äh, bei mir in der Mitte ist, äh... Achtung, Elidan. Oh, der Elidan. Ich bin auch da. Bin auch da. Auf Elidan. Ja. Ja. Oh, der hat leider nichts. Ich könnte einen ran treffen, soll ich? Ich mach jetzt erst mal so, den hier. Jawohl, Nova. Die andere, die andere, die andere. Die untere. Ja, ich weiß. Ja, wir kriegen sie eh nicht mehr, ich weiß. Nice. Jawohl, wir haben Nova down. Ihr habt sie echt noch bekommen? Krass. Natürlich. Ich habe gerade eine unsichtbare Nova gegrappt. Das war nur so ein Zufall. Hier ist Gaslow hinter uns. Aber wir müssen mal hier ein bisschen drauf machen. Komm, jetzt müssen wir ein bisschen hier... Oh, Zitadelle, Zitadelle. Ich mach schon, ich mach schon. Ja, dann pushen wir mal ein bisschen hier. Ja. Wir müssen noch unten auf den Boss gucken, dass sie den Boss unten holen. Ja, okay. Ja, lass mal den Boss. Vielleicht können wir ihn ja holen dann. Ja. Geh schnell runter, geh runter, geh runter. Mucki. Ja. Ich geh mit zum Boss. Ja, ich bin auf dem Weg. Die Stärksten werden überliebt. Alles klar, wir können loslegen. Was? Ne, Moment, die haben da das Käpteil geholt. Ah, ja, okay. Nein, nein, die Mucki nicht. Oh. Oh, ja, 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 ja. Oh, Mann. Ich ess mal Tyra, ey. Ah, ne, kann ich nicht mehr. Alter, what the fuck. Ich hab was versehen. Ich hab was versehen. Nicht den Boss. Nicht den Boss. Weg, 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 weg. Es waren versehen. Ich wollte den kleinen Tran da oder Tran da greifen. Ich weiß nicht, warum man das ausspricht. So, die wollen den Boss jetzt holen. Jetzt holen sie den Boss. Siehst du aber hin. Oh, Tempel. Soll ich den Tempel holen oder... Ne, ich komm mit dem Boss. Hol den Tempel, da ist ja eh gar keiner. Ja, lass den Tempel. Den Boss kriegen sie. Fünf da. Äh, ja, wir müssen jetzt schnell den Tempel holen. Ja, okay, ich geh mit dir hoch. Ne, geh mal, geh mal, äh, deffen. Geh mal deffen. Nein, aber Gessler verfolgt dich eh schon. Also von daher. Ja. Und Malphurion? Lass mal hier ein Ei hinlegen, ja. Malphurion? Was bringen diese Eier eigentlich? Äh... Was bringen die? Bleibt ihr zweimal hier. Jo. Da Malphurion. Alter, die Elite! Ey! Willst du mich verarschen? Ja, ich geh mal hin, wir haben ihn ganz schön hart gewählt. Ist jetzt mein Vorhören? Ja, aber das bin ich nix, ja. Und ich sterbe. Ja, das... Wider dickes Liegen. Der absolute Sieg? Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Oh, Mann. Boah, die sind einfach noch zu hoch für uns, hey. Ganz ehrlich. Alter. Wie die uns hier rund machen, hey. Es sind wieder 10, also 18 zu 10. Das ist so. Doch, Mann. Wir sind... Tor, frei Level im Hintergrund. Oh, Gott. Oh, Mann, hey. Oh, Mann. Soviel also zu dem auf jeden Fall hundertprozentigen Sieg. Ja, da kann man nichts machen. Das ist... Ist halt einfach, wenn man zwei Noobs im Team hat, dann kann man halt ehrlich gesagt da einfach nichts machen, habe ich auch so das Gefühl. Ach, Gott. Bestimmt ist es nicht. Ja, naja. Gut, dann sage ich auch auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben natürlich, schönes Abo und ein Kommentar. Und nochmal ein Dankeschön an die Gruppe. Und ja, dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es in ein anderes Let's Play geht oder hier bei Let's Play Hotz. Bis die Tage denn. Tschö. Ciao. Tschö.